Ergern Racing ist vorne, jetzt noch das B&B Racing Team! 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 B&B Racing Team Team! B&B Racing Team Team! Michael Zauber 009 Michael Mangelsberger 00 rabische Haare 500 Mit der 869 auf 3, mit der 252 auf 4, Daniela Holz, 5, Kyle Racing Team, damit mit Rockwell, 6, das Gleinberger Stocker Team, 7, FKT Racing auf 8, mit der Kevin Nielsen auf 9, dann das TNT Racing Team, Ruhe.